Liebe Gemeinde, es geht um das neue Buch von Sylvia Witt und Oliver Uschmann Überleben auf Partys bei Heine Hardcore Gut aussehende Südländer, ein kleiner, hektischer Flirtmeister und ein großer Charmeur mit Flammentattoo auf der Schulter Sie suchen sich sofort ein paar Hühner aus Eines davon ist hager wie eine reduzierte Vittelkeule aus der Kühltheke Aber die andere ist wohl genährt und lenkt den Blick des Großen fast ohne eigenes Zutun auf ihre mächtigen Brüste Da ist jetzt nämlich schon näher Brüste drin und alles Da darfst du gar nicht mitmachen Die Schaumkanone schießt eine neue Ladung DJ Lassiter geht zum Treckswimmingpools von Kendrick Lamar über Das kann er bei einer Schaumparty nicht lassen Langsam, jetzt lassen meine Ohren schmal seine Finger Steigt ihm ein säuerlicher Gestank in die Nase Er kennt ihn, da er öfter in Feuchtgebieten auflegt Es ist, ich weiß das sogar auswendig, der Fußschweiß der Stiere Ich weiß es auswendig, der Fußschweiß der Stiere Den ganzen Tag sind sie in zwei Tage alten Socken herumgelaufen Und nun mischt sich der Sohlenkäse mit dem kalten Wasser auf den Fliesen und Gängen Die sich außerdem nach und nach mit schwarzen Flusen füllen Die von den Socken übrig geblieben sind Zwischen den Zehen Von hier oben sieht es aus, als bekomme die Architektur die Pocken Die Kids im Wasser bemerken es gar nicht Nicht mal die Mädchen, obwohl sie sich duschen, bevor sie zur Schaumparty gehen Sie sind zu rollig und noch betäubt das Chlor ihre Nasen DJ Lassiter ist nicht rollig Er arbeitet und er ahnt, wie es weitergeht So, liebe Gemeinde Der Sinn dieser Übung ist, dass ihr an Facebook Heine Hardcore Die besten Partyfotos eures Lebens schickt Weil es geht ja hier um das Buch Überleben auf Partys Auch wenn es so aussieht, als wenn es um das Buch geht Autor und verrückte Teilzeittochter vor angeberischem Bücher Egal, es geht aber um Überleben auf Partys Von Silvia Witz und Oliver Uschmann bei Heine Hardcore Und ihr schickt Fotos zu Facebook Heine Hardcore Joachim